Hallo, mein Name ist Dirk Sengotter, ich bin Schlagzeuger und Musikproduzent. Heute stelle ich euch mein Expansion für das Fame Hybrid Pro Simon Phillips Marco Minnemann Edition E-Drum vor. Dieses Expansion habe ich exklusiv für das Hybrid Pro produziert und besteht aus 25 Kits. Der Schwerpunkt dieser Erweiterungssounds ist Hip-Hop, Trap, Dance, Raggathon, Pop und so weiter. Die Kits sind mit power-voll modernen Samples wie Kick, Snare-Drum, Percussion, Loops und Effekte-Sounds bestückt. Ich werde euch jetzt einmal ein paar Kits vorspielen und zeigen, was man da so mitmachen kann. Aber vorher gebe ich euch noch einen Tipp, was man bei Kits mit festem Tempo beachten sollte. Alle Kits, die Loops enthalten, haben ein festes Tempo und sind markiert mit einer BPM-Zahl im Kit-Name. Parallel dazu ist das gleiche Tempo auch nur bei Tempo eingespeichert, sodass man den Klick als Referenz verwenden kann. Das ist das beginnt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020